Hand, jetzt muss das Futtertreiben passen, ihr nehmt den Hund rum, zwischen die Beine Platz und hinlegen und weggehen mit der Hand. Und dann wieder hinlegen. Und wieder hinlegen. Und dann, okay, komm her, hopp, okay, so und dann nochmal. Wieder rollen, komm her, komm her, Platz. Super, gut. Und immer wieder hinlegen, dass es nicht ausstehen muss. Doch, und dann, okay, komm, okay, hopp, okay, komm, jawohl, super, gut, super.